Ihr wollt bei der Show Fell in Love mitmachen und auf der Stage euren Hund des Lebens kennenlernen? Sehr gut, denn ich verrate euch jetzt, wie das funktioniert. Ihr entscheidet euch auf der Homepage für einen oder für mehrere Wunschhunde und überlegt euch dann ganz genau, passt der Hund zu meinem Lebensstil? Passt der Charakter des Hundes? Und auch ganz andersrum, passe ich zu dem Hund? Und dann geht es ums Ganze, denn wir wollen es wirklich wissen. Und dem Hund das perfekte, lebenslange Zuhause bieten. Dann müsst ihr uns nur noch ein bisschen mehr über euch erzählen. Benutzt einfach das Formular auf unserer Webseite und beantwortet da vorab schon mal ein paar wichtige Fragen, die uns zeigen, wie ihr lebt, wie ein Hund in euren Alltag reinpasst und noch ein paar mehr. Und so können wir dann abschätzen, welcher Hund euer Perfect Match ist. Zu guter Letzt schickt ihr uns dann noch ein kurzes Video von euch, damit wir euch einfach ein bisschen besser kennenlernen können. Und das zeigen wir natürlich niemandem, außer vielleicht ein paar haarigen Vierbeinern. Und dann ist es schon soweit. Wenn ihr im Rennen seid für die große Show, dann melden wir uns bei euch. Und bis dahin drücken wir euch ganz, ganz fest die Pfoten. Äh, Daumen.